das sieht deswegen bei mir ein bisschen anders aus vom layout dass ich ich spiele in 4k und macht es aber ein obs für den stream auf 1080 runter weil es sonst keine chance also ist einfach zu krass jetzt ich benutze es für den keine keine plug-ins weiter so aber jetzt müssen wir mal die man hat dabei spielen mal auf level 100 bringen so der ja nicht hier ein böser ist aber wir kriegen das schnell hier komme ich am besten hin okay i commend you on a good stop however your forces are already wavering i'd look forward to us meeting but you will not survive it's you who won't survive demon witch how's your own even from up here i can sense your uncertainty tell me dear have you considered yes yes i have captain's report we've encountered heavy resistance near the soul engine okay okay our assault is underway i'll join in when you attack the overseer oh battle lord report cartoon so dann müsste das durch sein muss ja das nächste sein go where are you you will be avenged my love there's no love here there's no love here the ratio met with an untimely i can get ready for the fact you wanted to get to the other soooo where is the next one no no where is the next one no gucken da muss ich lang da muss ich lang ne, hab ich noch nicht ich fang erst ähm, 2017 werde ich noch nie bleiben ich bin doch nicht so poisend ich geh mir nicht auf die Schaden macht ganz gut Schaden ich bin doch nicht so ich bin doch nicht so ich bin doch nicht so soo 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 ... Soo 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 das ist ja nicht davon draufgegangen, das ist auch geil so, sollen wir mal gucken, wo wir lang müssen? stop the bombardment, okay da holen sie mal schauen, ob wir das finden mhm 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 sorry Kanta TASTE MY BLADE gut wo muss ich als nächstes sein? mhm 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 v doch als eh Das ist jetzt kein Bock mehr auf. Das glaube ich nicht. So, dann haben wir das auch. So, dann wollen wir mal alles abgeben. Die Animation ist schon ganz geil. Also die Animation mit diesen komischen High DPS, die auch immer noch heißt. Da heißt, Eyebeam. Nicht, dass es was bringt, aber... Nope. Dann mach mal klar die Scheiße. Denn ich hab keine Zeit dafür. Oh, alles nicht im Ernst. Ja, ist doch schön. Alles gut. Ich habe alles verabschiedet. Was, was du wählst, wird es gut sein, um mehr von der Legion zu zerstören. So, jetzt ist nämlich Havoc, weil... weil ich das letzte Mal mit Tänkelevet habe und es ist sehr lange gedauert. Was? 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 Das ist das was, was du hast. Es muss nicht unterklaisen. Das ist das. Das ist, was du lebendigst. Oh, das ist mein Leben. Ich bin derд, wie ich das. Wir zwischen Legion und Annihilflation, mein Leben schimpfte, mein Leben schimpfte. mein Leben schimpfte, bei Verh zombierenden Legion. Ich bin älter, mein Leben schimpfte. Ich bin mehr Kraft. Wir wissen, wir, die stehen zwischen Legion und Annihilflation. Meine Leben ist auf die Strecke. Warte, ich kann nicht... Ich habe alles verabschiedet. Was haben wir hier gemacht? Komm schon! Lass uns da hoch! Good luck to all of you. Ich werde den Rest von uns da hoch. Nein. Ich werde Demon Hunter nicht als Raid-Klasse spielen. Das ist aber daran, dass ich eher ein Heiler bin. Und deswegen weiterhin meinen Paladin spielen werde. Außerdem gibt es super viele Demon Hunter. Und bei uns in der Guild gibt es sehr sehr viele Demon Hunter, die wirklich gut sind. Und die sich auch vor der Expansion schon darauf vorbereitet haben. Das habe ich natürlich nicht. Deswegen... das wäre blöd so nicht. Ich werde ihn aus Spaß spielen. Wahrscheinlich PvP ein bisschen. Ich werde diesen... Ich werde ihn aus. Ich werde ihn nicht identifiziert werden. Ich werde ihn mit. Ich werde ihn erhebissen. Will er sein. Ich werde ihn überabschieden. hopeless. Ich werde ihn auf den Weg. Das ist nicht so, was ich hier zu tun? Ich kann das nicht so, was ich hier zu tun? Nein, ich kann das nicht so, was ich hier zu tun. Kommt, meine Kinder! Feist auf unseren Feindern! So knapp! Komm schon! Komm schon! Stirb! Hier nicht, oder was? Doch, da. Achso, da. Ich glaube, das ist ein Doppeljump. Wir sind alle, die zwischen der Legion und Annihilation sind. Lord Illidan kennt die Angst. Use die Keystone, um die Portal zu aktivieren. Wir müssen wiederholen die Krieg in der Black Temple. Was ist das denn? Ich hab ihn gar nicht mehr. Achso, da ist er. Oh Gott, bin ich doof. So, schwarzer Tempel. Oh, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, nein. Oh Gott... Oh Gott... Denn eigentlich sind die Wardens ja sehr gut. Das ist ganz cool, weil das wurde nämlich nie erklärt, in der Beta, wie die Demon Hunter wieder da waren und auch immer. Normal. Okay. What is your report? I will need your help to stop Gul'dan. Free the other Elidari, quickly! How many years were wasted in that cell? I am awake. How is this possible? Weil ich dich gerettet hab, man. Hm. Und wo meine guten... Shit. Hm. Hä? Ja. Ja. Scheiße, ich hab vergessen die Kwestern. My life is dedicated to destroying the world in Lazeroth. We need to release our allies. Time for answers later. There are demons to kill. So, jetzt muss ich die ganzen Leute erstmal befreien. Ganz schön viele hier. Da ist noch eine. Ganz schön viele hier. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Wo ist die nächste celler? Da. Da ist die nächste celler. Ich hab' auch da. Ja. Very desperate. Va. Ich hab' auch da. Ja. Was ist denn der Wizard? Ich hab' den Garten. Ja... Ich hab' den Garten. Da. hm, kurz mal. So, wo muss ich jetzt noch hin? Da unten. Hier ist noch ein Portal. Na komm. Ich glaube nicht. Wo sind die nächsten Zellen? Da. Ja. So, da ist noch einer. Ja. Ja. Aber das Dorf. So, alle Vigare. Das ist schon ein ganz geiler Spell, muss man eigentlich sagen. So, 63. Jetzt öffnen wir den Teil. 69, da ist noch eins. Und. Das bringt schon ein bisschen was. Bonus Objectives sind immer gut. Sei es sie gibt. Ist auch noch gar nicht so lange her. So, 93 Prozent. Noch einmal. Achso, kann ich da schon mal rüber gehen? Wo ist das? Wo? Okay. Ist egal. Ich töte jetzt erstmal noch was. Ich töte erst noch was. Ich töte erst noch was. So. Äh. Ich töte jetzt. Na cool. Wenn ich hier mal rüber gehen kann. So. So. Ach, das ist nicht mehr... Okay, alles klar. Ja, früher war es da. Alles klar. Aber will man das natürlich noch zur Endust machen. Wer ist der Betreuer, Digga? Nicht wirklich, Yolos. Gordana ist echt so ein Spacken. Wahrscheinlich nicht. Judge me all you like, sister. But you cannot stop us. You are too late, warden. This vault will be your tomb. Demon hunters, you have to survive. Find the one named Archmage Khadgar. You can trust him. Illidan is still my charge! Mhhmmh. 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 So... Just like old times, eh, Kame? Do not speak to me of old times, Altruis. Das bringt ja nicht viel Schaden an mir. Nicht so blöd. Steht ja sogar. Attack the brute without the buff. Und ich schön den, der mich fast töte. Sehr schön. Ich bin so schwer, als die resten. Aber ich habe mich nicht verletzt. Sehr schön. Ich habe alles verletzt. Was hast du dir gegeben? Was haben wir hier neu? Ja, der hat auch recht. Ach, scheiße. Man denkt immer in so einer Box, was geil ist drin. Natürlich muss ich da lang, wo die ganzen Gegner sind. Schocktrooper. Na ja, große Futter ist es nicht. Nein, tun wir nicht. Das ist ein Arschloch. Wieso ist das? Da ist die Felbert Geschichte, glaube ich. Da ist sie. Sehr schön. Jop. Ich glaube, das probiere ich mal aus, aber nicht mehr heute. Denn heute ging es zum Level 100. Nächstes Mal. Mal gucken, ob der Weg uns zu einem perfekten Demon Hunter führt. Schaut einfach mal wieder rein. Abonnieren. Nicht vergessen, dann seht ihr es auch. Ob ich mal wieder Demon Hunter spiele. Fragen beantworte ich gerne. Und bis zum nächsten Stream. Bis zum nächsten Stream.